Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Maike Bihorta. Ja, Maike ist mal wieder in Berlin. Ja. Anscheinend öfters und wir sind mal wieder bei ihr im Hotelzimmer zu Gast. So. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr wieder vorbeigeschaut habt. Immer wieder gerne. Es ist sehr schön mit dir. Danke. Sehr lustig. Du hattest ja das letzte Mal über dich erzählt, dass du auch sehr viel Humor hast. Ich kann das bestätigen für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben. Die Maike hat bei der letzten Aufnahme vor einem Soundcheck ein paar Witze erzählt. Ja. Aber die konntet ihr leider nicht hören, aber ich durfte sie hören. Ja, aber sie waren sehr witzig. Sie sind auch mein Lieblingswitz, wie gesagt. Das stimmt. Ja, Maike, magst du dich nochmal vorstellen? Ja, sehr gerne. Hallo, mein Name ist Maike. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin Nordlicht, gebürtig aus Hamburg und anscheinend öfters in Berlin. Die Entfernung ist jetzt auch nicht so krass weit. Und ja, für ein nettes Wochenende komme ich immer mal gerne vorbei. Und nachdem mal der letzten Aufnahme mein erster Funfact schon so gut ankam, habe ich gedacht, bringe ich noch einen mit. Ufe passt. Und zwar, ich habe unten statt vier Schneidezähne nur drei Schneidezähne. Und wenn ich die dramatische, aber leider nicht wahre Geschichte erzähle, wie ich sie verloren habe, dann fällt das Wort Prügelei. Wenn es dann aber die langweiligere und leider wahre Geschichte irgendwie ist, warum ich unten nur drei habe, ist, die Natur hat halt einfach einen bei mir vergessen. Aber, meine, wir sitzen uns ja jetzt gerade gegenüber. Man sieht nichts. Ja, ich hatte hier eine kleine Zahnlecke. Ein Wischen, ja. Das ist auch immer, wenn ich zum neuen Zahnarzt komme, die zählen ja immer. Die Mitte ist ja dann und dann fangen die eins, zwei, drei links, eins, zwei, drei rechts. Und dann ist immer die Frage an mich, ja zählt der jetzt nach links oder zählt der nach rechts? Und ich sitze dann mal, sie sind der Profi, ich, mir ist das egal. Das ist ja herrlich. Immer so eine Lachnummer, oder? Beim neuen Zahnarzt. Ich weiß jetzt nicht, was du für einen Verbrauch hast an Zahnärzten. Zum Glück in den letzten Jahren habe ich einen sehr guten gefunden. Aber so gerade, wenn man Studienzeit und dann wechselt man dann doch nochmal, weil man ja auch umzieht und so weiter und so fort. Und da ist immer das Witzige, weil dann sage ich immer, ja, ich habe unten einen zu wenig und mein Bruder hat einen zu viel im Kiefer tatsächlich. Und ein Zahnarzt, der war schon ganz, sind sie Zwillinge? Und ich so, nee, wir sind zwei Jahre auseinander. Der hat schon die Story gerochen. Sehr herrlich. Ja, jetzt haben wir über deine Zähne gesprochen und über deinen Zahnarztverbrauch. Jetzt sprechen wir einfach mal über deine Bücher. Du hast uns ja heute wieder ein Buch mitgebracht. Wie heißt denn das? Das Buch von meinem zweiten, der Titel von meinem zweiten Roman lautet Rise und ist im Isegrim Verlag erschienen. Ja, das kann man sowohl als Print als auch E-Book überall erhalten, dort, wo es Bücher gibt. Und um das Ganze ein bisschen einzuordnen, ja, ich glaube, Autoren tun uns immer so ein bisschen schwer, ein Genre zu finden. Aber meine Lektorin hat Rise da ganz schön eingeordnet und sie hat gesagt, das ist eine romantische Urban Fantasy Dystopie. Und um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, würde ich gerne einfach mal den Klappentext vorlesen. Leutnant Samantha Moore ist ein Killer. Einst ein Mädchen ohne Erinnerung kämpft Sam für ihren Platz auf den schwebenden Inseln Elysiums, dem letzten sicheren Bollwerk gegen die schwarze Seuche. Kein Gegner ist für sie unbesiegbar, kein Hindernis unüberwindbar. Doch die unerschütterliche Kriegerin wird in der letzten Zeit von wirren Albträumen gequält. Was bedeuten die Bilder aus Feuer und Rauch? Und wer ist der Junge, den sie immer wieder in ihren Träumen tötet? Und wieso fühlt sich der Name Brietta auf ihren Lippen so vertraut an? Eine Begegnung mit der Vergangenheit wird ihr Antworten auf ihre Fragen geben und ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellen. Dein Klappentext hört sich ja schon sehr interessant an. Hoffe ich doch, dafür ist er da. Ja, ich gehe auch davon aus, dass du jetzt gleich lesen möchtest. Also ich würde mich freuen. Ja, genau. Ich fange wirklich gerne einfach mal an. Und zwar, wie der Klappentext ja schon mitgegeben hat, ein bisschen erzählt hat, wacht Sam, eigentlich ist Samantha ihr Name, aber sie wird halt immer Sam gerufen, wacht als Mädchen ohne Gedächtnis auf und wird um nun ihren Platz auf den Inseln irgendwie zu rechtfertigen, muss jeder Bewohner was beitragen und so wird sie halt ins Ausbildungsprogramm des Militärs aufgenommen. Und da schlägt sie sich ganz gut. Sie wird dann auch nach der Ausbildung aufgenommen ins Militär. Ist auch immer eine Frage, ob man das schafft oder nicht. Und zwar genauer wird sie in die Divisionen aufgenommen. Das ist so die Spezialeinheit. Also wenn die Hütte richtig am Brennen ist, dann kommen die. Und auch da steigt sie schnell auf und bekommt den Rang eines Leutnants. Und damit trägt sie Verantwortung für ein dreiköpfiges Team. Und Sam, das wird man vielleicht auch rausheuern, die fühlt sich auf den Inseln nicht so sonderlich wohl. Sie fühlt sich dem nicht so wirklich zugehörig. Aber trotzdem, für ihr Team, da würde Sam wirklich alles tun. Sie hatte gehofft, sich unbemerkt in die Wohnung schleichen zu können. Hattest du einen schönen Abend? Maggie blickte von ihrem Katerfrühstück auf. Ihre Haare waren nass vom Duschen. Sie hob einen Becher mit dampfendem Kaffee an die Lippen und lehnte sich in ihrem Klappstuhl zurück. Sam schloss die Eingangstür zu ihrer gemeinsamen Wohnung hinter sich. Sie blieb unschlüssig stehen, dann zog sie mit einem ergebenden Seufzen ihre Jacke aus. Sie würde um ein wenig Smalltalk nicht herumkommen. Achtlos warf sie das Kleidungsstück an den Kleiderständern neben der Tür und ließ sich auf den Stuhl gegenüber von Maggie fallen. Sie griff nach dem Becher und nahm einen großen Schluck daraus. Kaffee tat jetzt gut. Sie hatte in der Nacht nur wenig Schlaf bekommen. Kann mich nicht beklagen. Und bei dir? Maggie schob sich den letzten Bissen von ihrem Rührei in den Mund und schob den Teller von sich. Alex und ich mussten Rob am Ende nach Hause tragen. Der Arme hat echt übertrieben. Dann wurde aus seinem Plan mit dem Frischling nix. Der hat am Ende des Abends nicht mal den Arm hochbekommen. Die beiden Frauen grinsten sich an. Ach, bevor ich's vergesse, da wurde vorhin was für dich abgegeben. Maggie wies mit ihrem Kinn in Richtung der kleinen Kommode. Als Sam den dunkelroten Umschlag sah, seufzte sie. Die Farbe bedeutete nichts Gutes. Sie stand auf, nah an den Unschlag in die Hand und brach das Siegel. Nachdem sie das Kärtchen überflogen hatte, warf sie es schnaubend auf den Tisch. Sie hatte geahnt, dass das auf sie zukommen würde. Neugierig griff Maggie nach dem Kärtchen und las die schnörkelige Schrift. Berater Sito lädt dich höchstpersönlich zu einem Empfang bei ihm ein. Ich wusste nicht, dass ihr euch überhaupt kennt. Ich bis heute auch nicht, Sam kaut auf ihrer Unterlippe. Ihr gefiel das nicht. Sie wägte ihre Chancen ab, um dieser Einladung herumzukommen. Der letzte Schluck Kaffee beruhigte das ungute Gefühl in ihrem Magen ein wenig. Sam musterte Maggie, die immer noch das Kärtchen in der Hand hielt. Die junge Frau strich fast andächtig über das feine Papier und seufzte. Ich wünschte, ich würde einmal zu so etwas eingeladen werden. Nachdenklich schüttelte Sam mit dem Kopf. Sie mochte Maggie, auch wenn sie es nicht wirklich eingestehen wollte. Doch Situationen wie diese nährte ihr Gefühl, dass sie beiden von unterschiedlichen Planeten stammten. Der Central Tower wurde an diesem Abend hell beleuchtet, um all die hochrangigen Gäste zu begrüßen. Der gläserne Fahrstuhl brachte Sam mit rasanter Geschwindigkeit in Richtung der Spitze des Turmes. Sie legte eine Hand auf den goldenen Handlauf und sah zu, wie die Reihen an hellen Fenstern der benachbarten Wolkenkratzer an ihr vorbeischossen. Cito musste einige gute Kontakte haben. Nicht jeder durfte das Penthouse an der Spitze eines der höchsten Gebäude Calaris bewohnen. Sam atmete tief ein. Bei einem leisen Ping in ihrem Rücken zuckte sie zusammen. Sie hatte das oberste Stockwerk erreicht. Bevor sich die Tür des Fahrstuhls öffnen konnte, überprüfte sie mit einem letzten Blick im Make-up im Glas. Maggie hatte gute Arbeit geleistet. Dann schob sich vor Sam geräuschlos die Tür auf und der Geruch von schweren Parfümen schlug ihr entgegen. Als sie das Foyer betrat, klickten die hohen Absätze ihrer Schuhe auf den steinernen Bodenplatten. Ihre Nasenwurzeln kräuselte sich. Sie erkannte den weißen Marmor. Dafür hatten sicherlich einige Divisionsteams ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Eine Dame im roten Abendkleid begrüßte Sam mit einem charmanten Lächeln und bot ihr ein Glas an. Dankend nahm Sam das Angebot an. Sie würde heute viel Alkohol brauchen. Sie nahm einen Schluck. Das süße Getränk prickelte auf ihren Lippen. Weiter an ihrem Glasnippen schlenderte sie in die Richtung, die ihr die Empfangsdame gewiesen hatte. Sie gelangte in ein Wohnzimmer, das mit eleganten Möbeln ausgestattet war. Ihr bodenlanges, schwarzes Kleid raschelte über den Teppich, indem sie mit ihren hohen Absätzen fast versank. Innerlich verfluchtes Selmy Outfit. Das Kleid schmiegte sich eng an sie, was zwar ihre Vorzüge betonte, aber ihre Bewegungsfreiheit deutlich einschränkte. Ein Albtraum für jeden Soldaten. Mit einem Aufatmen erreichte sie die Schiebetür zur Dachterrasse, die durch das blaue Licht eines Pools erhellt wurde. An Stehtischen tummelten sich Bekanntheiten der High Society und des Militärs von Elysium. Nessa hätte es ihr gefallen. Eine liebevolle Erinnerung strich durch Sams Herz und ihre Finger griffen fester um das schmale Glas in ihrer Hand. Was für ein Anblick. Sito trat plötzlich hinter Sam in die Tür. Sie registrierte seinen lüsternen Blick, der von ihren Beinen über ihren Hintern bis zu ihrem Gesicht wanderte. Sein Lächeln war gefährlich. Doch bei aller Abneigung, die sie für ihren Empfang, musste sie zugeben, dass er heute umwerfend aussah. Der grüne Stoff seines Jacketts glänzte im Licht des Pools und aus der Tasche seines Jacketts lugte ein auffälliges Einstecktuch hervor. Mit einem leisen Klirren ließ er sein Glas gegen das Iris stoßen. Er nahm einen Schluck, wobei er sie nicht aus den Augen ließ. Auf einen wohlverdienten Sieg? Sie tat es ihm gleich. Sie würde einen stärkeren Drink brauchen, wenn sie den Abend überstehen wollte. Vielen Dank für die Einladung, obwohl sie etwas überraschend war. Er quittierte ihren Kommentar mit einem leisen Lachen. Umso mehr freue ich mich, dass du ihr gefolgt bist. General Titus hat mir viel von dir erzählt und nach deiner eindrucksvollen Show in der Arena musste ich dich treffen. Sams Kiefer spannten sich unwillkürlich an. Gefiel das nicht, dass er eine so persönliche Ansprache wählte. Doch sie wusste, dass sie nicht in der Position war, ihn dafür zu rügen. Daher lächelte sie bloß und wies mit ihrem Glas in die Runde der fröhlich plaudernden Gäste. Ich schätze, dass man das eine gelungene Veranstaltung nennt. Erneut lachte er leise und ich schätze, dass das nicht sonderlich vertrautes Terrain für dich ist. Ich bin besser darin, solche Türme zu erklingen, als auf ihnen Häppchen zu essen. Dieses Mal war sein Lachen lauter. Er beugte sich zu ihr und flüsterte, das merke ich mir für den Fall, dass ich jemals deinen Geburtstag vergessen sollte. Mit diesen Worten richtete er sich auf, postete ihr noch einmal zu und trat auf die Terrasse hinaus. Wenige Augenblicke später war er zwischen den Gästen verschwunden. Sams Finger griffen so fest um das dünnwannige Glas, dass dieses bedrohlich knackte. Wo war die Bar? Sie nahm das Glas vom Barkeeper entgegen, als die Musik erstarb. Cito stand am Kopf der Terrasse und klopfte mit einem schweren Siegelring, der an seiner Hand prangte, gegen sein Glas. Die Gespräche erstarben augenblicklich. Meine lieben Gäste, ich freue mich, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Wir durften am gestrigen Abend alle Zeugen eines spektakulären Kampfes werden. Die Divisionen Alpha und Omega könnten nicht unterschiedlicher sein. Doch beide Seiten zeigten in dem Kampf Geschick und Einsatz. Am Ende siegten jedoch Waghalsigkeit und Mut gegenüber Kalkül und Sicherheit. Ein zustimmendes Raunen ging durch die Reihen. Ich wollte mir daher die Ehre nicht nehmen lassen, den Mann, der diese außergewöhnliche Mannschaft der Division Omega formte, zu feiern. Cito zeigte mit einer ausladenden Geste auf General Titus, der neben ihm stand. General Titus hat in all den verlorenen Seelen Rohdiamanten erkannt und sie mit einem unermüdlichen Eifer hin zu den Juwelen geschliffen, die wir gestern in der Arena bestaunen durften. Dafür gebührt ihnen unser aller Dank. Auf, General Titus! Cito erhob sein Glas. Die Gäste folgten seiner Geste und applaudierten den beiden Männern. Sam schnaubte in das Glas an ihren Lippen. Sicher. Die Musik setzte wieder ein und wenige Augenblicke später war die Terrasse mit dem Geplauder der Gäste erfüllt. Scheiße. Das Glas an den Lippen bemerkte Sam, wie der General schnurstracks durch die Menge auf sie zukam. Heute blieb ihr wirklich gar nichts erspart. Schnell stellte sie den Schwenker hinter sich auf den Tresen ab und nahm Haltung vor dem Ranghöheren ein. Lassen Sie es gut sein, Leutnant. Titus trat neben sie an den Tresen und wies dem Barkeeper an, ihn ebenfalls einem dringend zu servieren. Moore, Sie haben mich gestern nicht enttäuscht. General Brutus dürfte noch einige Zeit damit beschäftigt sein, seine Wunden zu lecken. Er nickte ihr mit einem Glas in der Hand zu und Sam meinte, ein wenig Anerkennung in seinen eisigen Augen zu sehen. Sie griff nach ihrem Getränk und nahm einen Schluck. Gestern hatte sie ein fast einstürzendes Gebäude mühelos erklommen und nun trieb ihr allein die Anwesenheit des Generals den Angstschweiß in den Nacken. Sie musste einen Schnauben unterdrücken. Ihre Bemühungen sollen nicht unbelohnt bleiben. Wie besprochen, werde ich unser Anliegen morgen dem oberen Kreis vortragen. Ich werde Sie über den weiteren Vorgang informieren. Ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen, verschwand er in die Menge. Erleichtert kippte Sam den letzten Rest ihres Drinks herunter und hielt dem Barkeeper das leere Glas hin. Für ihre nächste Aufgabe brauchte sie noch einen. Als siegreicher Leutnant war sie an dem Abend die Attraktion für die gelangweilten Juppies der Insel. Nachdem sie deren Sensationslust mit Details des Kampfes gestillt hatte, sah sie ihre Pflicht für den Abend als erfüllt. Sie brauchte etwas Zeit für sich. Mit einem aufgefüllten Glas in der Hand ließ sie die Terrasse hinter sich und schlenderte an der Glasfront des Wohnzimmers entlang. Die Ausblick war spektakulär. Sam durchquerte das Foyer, in dessen Sitzecken sich einige Pärchen für etwas Zweisamkeit zurückgezogen hatten. Andächtiges Murmeln und leises Stöhnen begleitete sie, als sie in den anschließenden Flur trat. Sie betrachtete im Flanieren die Gemälde, die die weiß gestrichenen Wände säumten. Sam hatte nie mehr als Geschnörkel in der modernen Kunst Elysiums gesehen. Sie nippte an ihren Drink und blieb an der ersten offenen Tür stehen. Was sie im Inneren des Raumes sah, fing ihr Interesse. Mit einem anerkennenden Nicken betrat sie die Bibliothek. Unzählige Buchrücken literarischer Klassiker reihten sich in gläsernen Regalen. Doch so sehr die Ledersessel in den Ecken zum Schmückern einloden, hat etwas anderes Sams Aufmerksamkeit gefesselt. Sie blieb vor dem gläsernen Billardtisch stehen. So etwas hatte sie seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen. Am Glas nippend ergriff sie nach einer Kugel und ließ sie über den roten Filz des Tisches rollen. Ich hatte gehofft, privat mit dir sprechen zu können. Beim Klang von Citos Stimme zuckte Sam zusammen. Langsam drehte sie sich zu ihm um, lehnte sich gegen den Tisch und verschränkte die Arme vor der Brust. Der Berater lehnte am Türrahmen und grinste sie durch den Raum hinweg an. Das Gefühl, in eine Falle getappt zu sein, drehte ihr den Magen um. Ach ja? Sam nahm das Glas mit ihrem Drink vom Rand des Billardtisch, trank einen kräftigen Schluck und drehte Cito den Rücken zu. Dabei ging sie langsam auf die Scheibe der gläsernen Front zu und ließ ihren Blick über die Skyline Kalaris wandern. Sie hörte seine Schritte auf dem steilenden Boden, die sich langsam auf sie zubewegten. Seine Wärme prickelte plötzlich in ihrem Rücken. Gefällt dir der Ausblick? Er ließ seine Fingerspitzen langsam über ihren Arm wandern. Die feinen Härchen stellten sich auf. Sam hörte ein Schmunzeln. Er hatte die Reaktion ihres Körpers wohl falsch verstanden. Nervosität stieg ihr in die Kehle und überzog ihren Körper mit Gänsehaut. Sie blieb stumm, während ihr Blick auf die flackernden Lichter vor ihr geheftet war. Ich weiß, dass wir uns noch nicht sonderlich gut kennen, aber wir haben sehr viel gemeinsam. Wir beide haben uns aus den unteren Rängen der Gesellschaft an die Spitze gearbeitet. Stimmen die Gerichte über deine Herkunft aus den Fabriken? Sein Lachen kitzelte in ihrem Nacken. Erzähl es ja keinem. Sie verlagerte ihr Gewicht weg von ihm, stützte sich mit einer Hand gegen die Glasscheibe. Sie wollte Abstimmend zwischen sich bringen. Doch sein schweres Parfüm umnebelte ihre Nase und seine Fingerspitzen wollten nicht von ihrem Körper verschwinden. Wir könnten einander sehr hilfreich sein. Wie das? Nun, zwei Dinge lenken die Geschicke Elysiums. Die Politik und das Militär. Eine Verbindung beider Welten wäre unbesiegbar. Die Stadt würde uns gehören. Die letzten Worte flüsterte er in ihrer Halsbeuge. Sam verstand, worauf er hinaus wollte. Mit leerem Blick starrte sie auf die Lichter der Stadt. Ihre Hand presste sich gegen das kalte Glas der Scheibe. Gemeinsam mit Tito und Citos Unterstützung würde sie sich nur noch wenige Jahre im aktiven Dienst abmühen müssen. Mit den richtigen Beförderungen würde sie danach eine Position im inneren Kreis einnehmen können. Sie wäre in der Lage, ihr Team zu schützen. Keine Lebensgefahr mehr. Kein Töten. Nie wieder die Trance, die sie zu einer Mörderin machte. Sam schloss die Augen. Stell dir nur vor, was wir gemeinsam alles bewegen könnten. Seine Hände wanderten über ihre Hüften. Mit leichten Druck drehte er Sam zu sich um. Er umfasste ihr Kinn und musterte ihr Gesicht. Weißt du eigentlich, wie atemberaubend du bist? Trotz der Narben? Ein lustvolles Grollen rollte durch seine Kehle, während sein Daumen über die rote Linie in ihrem Gesicht strich. Gerade deswegen. Ich stehe auf gefährliche Frauen. Die Narbe brannte schmerzhaft, als Sam eine Entscheidung traf. Eine Verbindung mit Cito war ein annehmbarer Preis für ihre eigene Sicherheit und die ihres Teams. Sie ließ sich nach hinten gegen die Glasscheibe sinken. Im Fallen griff sie nach dem Revers seine Jacketts und zog ihn mit sich. Sie versiegelte sein Grinsen mit ihren Lippen. Wow, das ist ja so schön. Aber jetzt sprechen wir erstmal über deine Figuren. Ich bin jetzt sehr neugierig. Ja, auch hier wieder. Man hat auch, ich glaube, in dem Auszug auch gut gehört, es gibt wieder einiges an Charaktere. Und anders als bei meinem ersten Buch, bei Freedom, lasse ich hier tatsächlich auch unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen. Aber wir haben wieder zwei Protagonistinnen, zwei Heldinnen. Und das ist zum einen Sam. Die haben wir ja schon kennengelernt. Und wie man vielleicht gemerkt hat, Sam ist recht wortkarg. Sie ist eher der Typ Mensch, der erst beobachtet und dann reagiert. Sie tut sich auch immer ein bisschen schwer, so mit Menschen so ein bisschen in Kontakt zu kommen. Und vielleicht liegt das aber auch so darin, sie fühlt sich irgendwie auf Elysium halt nicht so wirklich wohl. Also sie fühlt sich den Inseln nicht so verbunden, obwohl sie sich halt auf Elysium ganz gut durchkämpft. Sie hat halt ihr Talent. Sie ist sehr gut im Kämpfen, sowohl im Körperlichen, als auch sie ist halt sehr strategisch mit dabei. Sie kommt also irgendwie zurecht. Man hat ja gehört, sie hat sich auch irgendwie hochgearbeitet. Also sie hat da, ja, sie könnte ein Leben haben, was irgendwie sicher wäre, was in gewissen Annehmlichkeiten irgendwie versehen wäre. Aber sie fühlt sich da drin einfach nicht wohl. Sie fühlt sich da, wie sie gesagt hat, sie fühlt sich irgendwie von einem anderen Planeten. Also tut sie sich halt auch immer sehr schwer, dort mit Menschen irgendwie in Kontakt zu kommen. Was ich und finde, was in dem Auszug auch ganz gut hervorkommt, ist, sie ist dennoch sehr, sehr pflichtbewusst. Also, obwohl sie auch mit Maggie und mit dem Team sie oft nicht versteht und deren Entscheidungen, oder wie Maggie sagt, sie wird total gerne auf so einen Empfang gehen und so weiter. Und dass es so ein großes Ziel ist, in diese hohen Ränge zu kommen und so. Und dass sie das einfach nicht nachvollziehen kann, versteht sie ihre Aufgabe, die sie hat als Leutnant, dieses Team zu beschützen. Und das zeichnet sie durchweg im gesamten Buch aus, dass sie immer gut versteht, was ihre Aufgabe ist und dem dann sehr hingebungsvoll auch irgendwie nachgeht. Ja, es wurde auch, wenn man ein Merkmal, ich glaube, alle meine Charaktere haben so einen gewissen körperlichen Merkmal, und das ist bei Sam die Narbe, die sie im Gesicht trägt. Der Leser wird auch erfahren, wie sie dazu kommt. Es ist ein wichtiges Ereignis, das während ihrer Ausbildung im Militär passiert. Und das ist ein sehr wichtiges Ereignis, aber wie wichtig und was es für eine Bedeutung hat, das wird sie tatsächlich auch erst im Laufe der Geschichte herausfinden. Ja, und ich habe gesagt, Sam tut sich irgendwie sehr schwer, sich Leuten gegenüber zu öffnen und sich Leuten überhaupt irgendwie, ja, sich denen auch emotional verbunden irgendwo zu fühlen. Und das ändert sich schlagartig, als sie Aisne kennenlernt. Wir werden im nächsten Text Aisne auch ein wenig kennenlernen. Und Aisne ist der Gegenpol zu Sam. Aisne ist zwar auch ein wenig schüchtern, aber sie ist sehr einfühlsam. Sie geht sehr da drinnen auf, auf Menschen zuzugehen, sich um Menschen zu kümmern, emotional, spirituell. Und ja, sie ist einfach wirklich so ein Mensch-Typ. Also sie mag es, mit Leuten zu interagieren, die kennenzulernen, sich einfach um die zu kümmern, dass es denen gut geht, dass sie sich halt irgendwie wohlfühlen. Und man wird auch irgendwie merken, dass es irgendwie auf Elysium und auch zu Elysium gibt es ein Gegenpol als ein anderes gesellschaftliches System. Und dort ist zum Beispiel ein wichtiger Unterschied das Thema Religion. Auf Elysium ist halt eher das Thema gesellschaftlicher Status, Reichtum, Kontrolle eher so das, das Thema Politik wichtig. Auf dem Gegenpol, und zwar ist das Damasia, ist eher das Thema Religion und Spiritualität ein wichtiger Punkt. Und das ist halt auch der Punkt, wo Aysene sich sehr wiederfindet. Sie trägt nämlich auch das Amt einer Priesterin. Und das gibt ihr auch einfach die Möglichkeit, genau ihrem, ja, ihrem Naturellen nachgehen zu können, dass sie sich halt sehr um Menschen kümmern kann. Und ja, wie man auch da sieht, es sind zwei sehr unterschiedliche Charaktere, Sam und Aysene, wobei aber die beiden durch eine sehr besondere Art und Weise miteinander verbunden sind. Wie? Das findet dann hoffentlich der Leser und Leserin dann raus. Und genau diese Dynamik, auch so, dass dieses, ist, dass beide voneinander durch die Geschichte und durch ihre Erlebnisse voneinander lernen. Also, dass Sam, und vor allen Dingen, finde ich das so schön, dass Sam lernt, von Aysene, sich Menschen zu öffnen. Und dass man dieses Gefühl, dass man sich zu etwas emotional verbunden fühlt. Und das ist, ja, das ist das, was Sam von Aysene lernt. Und von Sam, genau, also das ist, das ist das, was Sam von Aysene lernen kann, Menschen zu vertrauen, aber auch irgendwie Gefühle zuzulassen. Und auf der anderen Seite lernt Aysene von Sam, dass Schweigen manchmal auch wertvoller, als reden sein kann. Das hört sich doch gut an. Ja. Wo spielt denn dein Buch? Genau, ich habe das eben auch schon mehr oder weniger angedeutet. Wir haben zwei Hauptschauplätze. Das ist zum einen Elysium, da startet auch die ganze Geschichte. Elysium ist ein Stadtstaat, dessen Hauptstadt Calaris ist. Und Elysium wird geführt durch den oberen Kreis. Das sind die fünf einflussreichsten Familien aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und im Verlauf halt auch das Militär. Der Klappentext hat schon oft verwiesen, es ist nämlich eine Seuche, die schwarze Seuche ist auf der Erde ausgebrochen. Und nun, um sich in Sicherheit zu bringen, vor dieser Seuche bauten die Ingenieure diese schwebenden Inseln. Und dann gibt es, gab es in der Vergangenheit den Tage des Rise, in dem sich die Stadt Calaris von der Erde gelöst hat und dann in den Himmel gestiegen ist. Und seitdem die, ja, Elysium, die schwebenden Inseln, es gibt mehrere, aber die Hauptinsel ist seit Calaris, wo die Menschen von Elysium jetzt darauf leben. Und die Entfernung zu der Erde suggeriert den Menschen auf Elysium eine Sicherheit, aber die müssen sie auch irgendwie mit ihrer Freiheit bezahlen. Also sie müssen, ja, eigentlich sich den fünf Familien unterwerfen und was die sagen ist Gesetz und dafür bekommst du halt Sicherheit. Interessant. Genau. Als Gegenpol dazu zu den fliegenden Inseln ist Damasia und deren Hauptstadt ist Siersche und dort leben die Menschen wirklich frei. Also möglichst demokratisches System. das hat natürlich Vorteile, das hat aber auch einige Nachteile, dass zum Beispiel die Schwächsten der Gesellschaft durchaus unter dem Egoismus von manchen Menschen leiden können, aber auch das Thema Fortschritt ist zum einen erschwert dadurch, dass nun Elysium einiges an Ressourcen mit sich genommen hat und sei es nur das ganze Wissen mit den Ingenieuren, mit den Leuten aus Wissenschaft und Wirtschaft, die sie nun mitgenommen haben auf die schwelnden Inseln. Das ist natürlich zum einen. Zum anderen, wie ich sagte, das Thema Religion ist sehr zentral in Damasia und es gibt Züge, wie sagt man, Bewegungen innerhalb des Glaubens, die dem Fortschritt eher skeptisch gegenüberstehen und ihre Einflüsse einnehmen, dass der Fortschritt anders als in Elysium eine sehr fortschrittliche Gesellschaft, ich meine immerhin schwebende Inseln und dann auf der anderen Seite halt Damasia mit freilebenden Menschen, die aber halt durch Freiheit anderer und deren Meinung halt nicht so vorankommen, wie sie es vielleicht könnten. Ja, das sind so, ich sagte immer, sind so zwei Pole, das fand ich dann interessant zu schreiben, dass man, dass nicht immer alles positiv ist, also alles hat so seine Vor- und Nachteile. Ja, magst du gleich mal weiterlesen? Also ich bin jetzt natürlich gespannt, wo du jetzt weiterliest. Setzt du jetzt genau an der Stelle an oder nimmst du jetzt eine andere Stelle? Nee, ich dachte, wir machen jetzt mal mit ein bisschen was actionreicherem weiter und zwar ist bei auf Elysium ist es nur dem Militär erlaubt, auf die Erdoberfläche zu fliegen. Es ist zum zum einen geht es um gewisse Luxusgüter, wie in dem ersten Leseteil, der Marmor in Cetus Apartment, sowas muss immer noch von der Erde geholt werden. Es gibt aber auch noch einige Rohstoffe, die sie so natürlich noch nicht herstellen können. Und da werden immer die Teams der Divisions auf die Erde geschickt, die müssen das besorgen und sehen sich dann natürlich einigen Gefahren gegenüber, weswegen sie halt so gut ausgebildet werden. So, und nun ein, zwei Tage nach dem Cocktailabend bei Cito werden Sam und ihr Team zu einem Einsatz auf die Erde gerufen und tatsächlich schaffen es im Zuge dieses Einsatzes zwei Unbekannte, Sam von ihrem Team wegzulocken und sie zu entführen. Und ab dem Zeitpunkt wird sie von Colin und von Aithner in einer Hütte im Wald gefangen gehalten. Und Sam versteht das noch nicht so ganz, weil das ungewöhnlich ist, nun mal die beiden Nationen hassen sich aus Blut. Eigentlich hätte sie erwartet, dass die beiden sie sofort umbringen. Nun wird sie einfach nur gefangen gehalten in der Hütte. Ihre nackten Füße gruben sich beim Laufen in den morastigen Boden. Sie lachte hell auf. Eine tiefe Männerstimme lachte mit ihr. Raue Hände griffen spielerisch nach ihrem Versuch, sie zu fangen. Weil das Offensichtliche nicht immer das Richtige ist, war dem Klang von Bruce' Stimme riss Sam ihre Augen auf. Ihr Kopf fuhr in die Höhe und sie zog hektisch Luft ein. Panisch blückte sie sich um, doch die Hütte lag ruhig und dunkel vor ihr. Das Feuer war gänzlich erloschen. Sie legte ihren Kopf in den Nacken, schloss die Augen und beruhigte einen männlicheren Atem. Das war nur ein Traum, ein sehr realistischer Traum zugegeben. Der Geruch von feuchter Erde hing ihr in der Nase. Plötzlich tänzelte die Trance am Rande ihres Bewusstseins auf. Aisne beschützen. Blinzelt öffnete sie Augen und hob den Kopf. Hat ihr die Trance diesen Gedanken zugewispert? Da mischte sich ein fremdes Geräusch zwischen Aisnes gleichmäßigen Atem und das Rauschen des Windes in den Bäumen. Schritte, leise, vorsichtige Schritte umrundeten die Hütte. Augenblicklich überschwemmte die Trance Sams Bewusstsein und strömte in ihre Glieder. Ihre Sinne wurden scharf und die dunklen Umrisse der Gegenstände im Raum leuchteten vor ihr auf. Sie lauschte erneut. Es mussten insgesamt drei Personen sein, die um das Haus schlichen. Konnte es Colin mit weiteren Männern sein? Hatte der junge Mann keine Vorräte, sondern Verstärkung geholt? Sams Kiefermuskeln spannten sich an. Aber ihre gespitzten Ohren zeichneten ein anderes Bild. Dies waren nicht die Schritte eines jungen Mannes. Gefahr kitzelte in ihrem Nacken und die feinen Härchen auf ihren Armen stellten sich auf. Es beschützen. Erneut raunte die Trance ihr zu. Dieses Mal dachte Sam nicht weiter darüber nach. Mit wenigen Handgriffen hatte sie ihre Arme aus den Fesseln befreit. Schnell waren auch die Seile an den Beinen gelöst. Sie streifte ihre Stiefel von den Füßen. Lautlos schlich sie auf bloßen Sohlen durch die Dunkelheit und bewegte sich auf die verschlossene Tür zu. Sie drückte sich gegen die Wand und verschmolz mit dem Schwarz der Nacht. Es beschützen. Der ruhige Atem der junge Frau hallte in Sams Ohren wieder und mischte sich unter das alarmierende Rascheln der fremden Schritte. Plötzlich durchbrach ein Krachen die Stille der Nacht. Die Tür wurde von außen aufgetreten und flog in Einzelteilen in die Hütte. Die Kegel von mehreren Taschenlampen erleuchteten den Raum und mit lautem Brüllen brachen die Fremden hinein. Der erste Mann fixierte mit einer Pistole die Ecke in der Asen auf ihrer Matratze lag. Die junge Frau schreckte aus dem Schlaf und versuchte mit hochgerissenen Armen das gerade Licht der Lampen abzuschirmen. Ihr ängstlicher Schrei fuhr Sam bis ins Mark und die Trance kreischte in ihren Adern. Doch sie verharrte weiter am Schatten der Tür. Noch nicht. Mit geweihteten Augen beobachtete sie, wie der zweite Mann blinkt links in den Raum hinein stolperte. Wie ein Irrer schwenkte er dabei eine Machete über seinem Kopf und brüllte. Hinter ihm betrat auch der dritte und letzte Mann die Hütte. Doch er kam nicht weit. Sam tauchte aus der Dunkelheit hervor, packte seinen Kopf mit beiden Händen und brach ihm mit einer ruckartigen Bewegung das Genick. Augenblicklich erstarb sein Kampfgeschrei und sein Körper sackte zu Boden. Verwirrt drehten sich die anderen beiden Männer um. Bevor sie verstanden, was passiert war, hatte Sam den ersten Mann erreicht. Mit einem Tritt in die Kniekehle brachte sie ihn zu Fall. Während er zu Boden ging, griff sie seinen Arm mit der Pistole und drehte sie ihm aus der Hand. Sie umfasste den Griff der Pistole, zielte und schoss dem Fremden in den Hinterkopf. Ein Regen aus Blut spritzte über den holzlernen Boden und Sams nackten Füßen. Die warme Flüssigkeit lief zwischen ihre Zehen. Sam hob den Blück zum letzten Angreifer, der mit Wut verzerrtem Gesicht auf sie zuschoss. Er holte mit seiner Machete aus, um ihm mit der scharfen Klinge den Schädel zu spalten. Doch Sam wich seinem Schlag aus, sodass er mit einem wilden Fluch ins Leere stolperte. Seine Klinge sauste zu Boden und verkantete sich in der Holzdiel. Während er verzweifelt an seiner Waffe zerrte, hob Sam die Pistole. Mit dem Krachen des Schusses verstummten die Flüche des Mannes und auch sein Blut besprenkelte den Boden der Hütte. Langsam ließ Sam den Arm sinken. Die Trance vibrierte durch ihren Körper. Sie spürte, wie das Blut der Männer klebrig unter ihren Fußsohlen gerann. Ihr Brustkorb hob und senkte sich unter ihren schweren Atemzügen. Sie hob den Kopf und Acenes fassungsloser Blick traf sie hart. Die junge Frau kauerte auf der Matratze. Wortlos öffnete und schloss sie ihren Mund. Sam musste einen furchteinflößenden Anblick abgeben. Ein Poltern ließ sie herumfahren und die Trance schrillte erneut auf. Colin brach durch die Reste der zerbrochenen Tür. Schützen stellte er sich vor Acenes und richtete seine Waffe auf Sam. Keine falsche Bewegung oder ich knall dich ab. Beim Anblick der schwarzen Mündung, die auf ihren Kopf zielte, bläckte Sam die Zähne. Acenes Ein bedrohliches Grollen löste sich aus ihrer Kehle. Ihre Trance konnte nur ein Ziel und sie würde Sam dazu bringen, alles zu tun, um es zu erreichen. Acenes Nein, der Schrei der jungen Frau durchbrach die angespannte Stille. Aufhören, beide! Acenen kämpfte sich aus ihrem Umhang und kam stolpernd auf die Beine. Sie schob den verdutzten Colin zur Seite und zwang seinen erhobenen Arm nach unten. Dabei sah sie ihm eindringlich in die Augen. Sie hat mir das Leben gerettet. Wieder willig senkte er die Waffe, wobei er Sam nicht aus dem Blick ließ, seine Kiefer malten, legt die Pistole weg, zischte er ihr zu. Sam rang mit sich. Die Trance tanzte auf ihren Sinnen und ließ ihren gesamten Körper vibrieren. War Acenen wirklich in Sicherheit? Etwas rumorte in ihrem Hinterkopf und ließ die Trance nicht zur Ruhe kommen. Doch Sam konnte den Gedanken nicht richtig greifen. War es Colin? Sams geweihtete Pupillen fixierten den erneut zuckte. Der Blick seiner dunklen Augen funkelte sie wütend an. Doch etwas sagte ihr, dass es falsch wäre, ihn zu töten. Diese blotten Locken. Als ihr Körper sich ein wenig entspannte, blitzte der alarmierende Gedanke in den abklingenden Zügen der Trance auf. Dieses Mal verstand Sam und wusste, was sie tun musste. Ihre Schultern sackten herunter und sie atmete tief durch. Sie trat an den Tisch in der Mitte des Raumes. Die Pistole gab ein leises Klicken von sich, als Sam sie auf die hölzerne Platte fallen ließ. Ihr Blick wanderte über die Kochutensilien, die verstreut vor ihr lagen. Dann fand sie und auch die Trance sie hatte suchen lassen. Okay, das ist doch schon mein Anfang. Sam beachtete Aisens Aufatmen in ihrem Rücken nicht. Unbeirrt griff sie nach dem Messer, welches die beiden zum Kochen verwendet hatte. Leg das Messer weg, fauchte Colin. Sie konnte das Klicken seiner Pistole hören, was sie unwillkürlich lächeln ließ, als wenn er damit eine Chance gegen sie hätte. Sie leckte sich mit der Zunge über die Zähne. Die Trance veräppte allmählich, doch dieser eine Gedanke fraß sich unerführlich durch ihren Kopf. Esne beschützen. Sie hob die Klinge an ihren Unterarm, knapp unterhalb der Sehne setzte sie an und schnitt in ihr eigenes Fleisch. Esne schrie auf und stürzte auf sie zu. Doch Colin bekam sie zu fassen und hielt sie von ihr fern. Die junge Frau tobte in seinen Arm. Sam nahm den Schmerz am Rande wahr. Sie hatte schmiert zog sie den winzigen Mikroschip aus ihrem Arm. Sie ließ den Schip auf den Tisch fallen und zertrümmerte ihn mit einem kräftigen Schlag des Messergriffs. Pures Entsetzen sprach aus Collins Gesicht, als sie sich den beiden zuwandte. Seine Arme sackten herunter und gaben die schluchzende Aisne frei. Diese stürzte auf Sam zu und presste ihre Hände auf Sam konnte selbst kaum glauben, dass sich diese Worte von ihren Lippen stahl. Während Aisne versuchte, die Blutung mit dem Shirt zu stoppen, stand Sam regungslos am Tisch. Die Trance gab ihren Verstand vollständig frei und hinterließ eisige Kälte in ihren Adern. Was war passiert? Sie blinzelte verwirrt, als der Boden unter ihren Füßen sich von neuem zu drehen begann. Im Stolpern entzog sie Aisne ihren Arm. Ihr Taumeln wurde erst durch den Zusammenprall mit der Wand in ihrem Rücken aufgehalten. Sams Knie kam nach und sie sackte zu Boden. Der Ortungsschipp in ihrem Arm war ihre einzige Hoffnung darauf gewesen, dass die Team sie finden würde. Sie rang nach Luft und kreilte ihre Fingernägel in ihre Kopfhaut. Dieser verdammte Schwindel, das Drehen in ihrem Kopf drohte, ihre Sinne zu überwältigen. Aisne beschützen. Das Kreischen der Trance heilte in ihr nach. Das hatte die Trance noch nie getan. Mit ihr gesprochen. Jemanden beschützen wollen? Warum diese Frau? Ein verzweifeltes Schnauben entrang sich Sams Kehle und sie öffnete langsam die Augen. Collins besorgter Blick rote auf er. Er hatte inzwischen die Waffe gesenkt. Helle Locken fielen ihm ins Gesicht, während er sie mit zusammengezogenen Augenbrauen betrachtete. Und wieso fand sie ihn eigentlich so verdammt anziehend? Sie warf ihren Rücken frustriert gegen die Wand hinter sich. Die Vibration ließ das Karussell in ihrem Kopf schneller drehen. Ein Schluchzen durchfuhr ihre Brust. Was geschah mit ihr? Aisne kniete sich vor sie. Sie griff nach Sams Händen und legte ihre Finger auf die Wunde, in der Du gehörst nicht zu denen. Nicht nach Elysium. Das hast du nie. Woher kenne ich dich? Sams Stimme war ein Krächzen. Du bist meine ältere Schwester. Bei diesen Worten verschwamm Sams Blick. Sie kämpfte darum, bei Sinn zu bleiben. Da waren wieder diese Bilder des Traums, das Lachen und das freudige Kreischen von Kindern, Erde unter ihren nackten Füßen, das Gefühl der grobe Hände, die ihr liebevoll durch die Haaren strichen. Nichts davon ergab Sinn, nichts davon. Sie war eine Weise aus den Katakomben, eine Kanalratte, Abschaum, der ums Überleben kämpfte. Ihr Atem ging schneller, ihr Puls raste. Wieso fühlten sich dann Asens Hände auf ihrem Arm an, als würde sie nach Hause kommen? Wieso war alles, woran sie denken konnte, die junge Frau in ihre Arme zu ziehen und ihr zu sagen, dass alles gut wird? Sag ihn, flüsterte Sam, sag meinen Namen. Eine Träne löste sich aus Asens Augenwinkel und rollte über ihre Wange. Ihre blutverschmierten Finger umgriffen Sams Hände und drückten sie sanft. Sie blickte ihr tief in die Augen. Prietta. Beim Klang des Namens wurde Sam schwarz vor Augen. Schon zu Ende? Ich war gerade so mittendrin und du hörst auf zu lesen. Ja, so soll es doch bei der Lesung sein, weil dann fängt das Ganze erst an. Ach Mensch, schade. Magst du ein bisschen über die Entstehung von deinem Buch sprechen? Ja, wie ich ja auch schon bei Freedom mit erzählt habe, ist ganz oft einfach so eine gewisse Szene. Bei mir wird das oft getriggert durch Musik, aber zum anderen auch ganz viel durch meine Träume. Ich bin sehr intensive Träumerin und damit auch luzide Träumerin, aber das ist eine andere Folge. Und da war bei RISE tatsächlich dieses Bild vor mir, wie eine junge Frau in der Kleidung einer Ureinwohnerin Amerikas, also mit Holzperlen im Haar, selbstgenähte Kleidung aus Leder, barfuß, sie hatte auch so mit weißer Farbe Bemalung Gesicht und auf dem Körper, auf den Armen. Und sie steht so mitten auf einer asphaltierten Straße und umgeben von Neonlichtern. Irgendwie fühlt es sich laut an. Es ist überall Technik, Kabel, so Cyberpunk-mäßige, wie man das kennt, mit so riesigen Reklame und Blinken und Leuchten und sie einfach so mittendrin. Und ich fand es so faszinierend, diese Gegensätze in diesem Bild, also so alt gegenüber neu, Zukunft, Vergangenheit und einfach sie, diese Frau mittendrin und irgendwie zerrissen zwischen beidem. Und das hat mich halt auch einfach so zum Nachdenken gebracht, dass sowohl Zukunft als auch Vergangenheit hat alles so seine Vor- und Nachteile und wie man das dann irgendwie als jemand, der so dazwischen hin und hergerissen ist, seinen Weg so dadurch findet. Dass man ja versucht natürlich die Vorteile aus beidem zu ziehen und mit den Nachteilen von beidem irgendwie zu leben. Und das war für mich so der Ausgangspunkt für Rise und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen Sams Geschichte zu schreiben. Und anders als bei Freedom, da hatte ich dann auch ein bisschen Recherche Arbeit, das war es jetzt bei Rise tatsächlich gar nicht so viel, sondern da habe ich eher so gegoogelt wie wie kann man eine Kniescheibe brechen? Nein. Doch, doch, also nach dem Google-Verlauf glaube ich hat das FBI ein festeres Auge auf mich. Ja, so wie hoch ist der Detonationsradius von so und so viel Kilo Sprengstoff und so weiter und so fort, ja, ja. Okay, ja, sollte man wohl nicht googeln. Nee, aber bisher hat noch keiner bei mir geklopft und mir Fragen gestellt. Zum Glück. Warum Fantasy? Warum Fantasy? ich liebe Fantasy auch selbst als Leserin und als Autorin nur noch mehr, weil das Genre mir so unfassbar viele tolle Möglichkeiten gibt und ich kann so kreativ dabei sein. Ich sage das auch immer so, weil ich weiß immer, zum Beispiel mein Vater war so, du hast dir ein Buch geschrieben, schreib Krimis, die gehen gut. Ich sage, ja, super, aber bei Fantasy zum Beispiel, wenn ich das will, kann ich rosa fliegende Elefanten am Himmel erscheinen lassen. Also ja, ich müsste es natürlich begründen und es wäre vielleicht in einem gewissen düsteren Setting ein bisschen ein kleiner Bruch, aber wenn ich das gut hinkriege, kann ich halt auch einfach rosa Elefanten am Himmel fliegen lassen. So, das könnte ich jetzt in einem Krimi, so a la Fitzsack, wäre das irgendwie schwierig, außer der, der, die Helden, Heldinnen sind ja auf Drogen, aber das wäre was anderes, aber und das finde ich halt einfach so toll da dran, dass ich halt wirklich, du kannst halt beim Fantasy, dadurch, dass du so kreativ sein kannst, kriegst du das, finde ich hin, nur noch krassere Konflikte hervorzubeschwören, ne, aber halt auch dann deine Figuren in der Lösung von diesem Problem kreativer zu sein, so und nicht dann immer direkt den offensichtlichen Weg vielleicht zu gehen, sondern halt, ja, einfach kreativ zu sein und das finde ich so toll, wobei auch einfach, das Fantasy-Genre hat ja auch so viele Unterkategorien, Schattierungen und so weiter und so fort, ne, wo man halt zum Beispiel sieht, Freedom war wirklich rein Urban Fantasy, jetzt ist es halt topischer, es hat aber halt auch magische Elemente, wie die Trance da vielleicht so ein bisschen hin, darauf hingewiesen hat, das ganze Thema wird halt hinten raus noch stärker mit aufgenommen, so und da konnte ich mir halt einfach austoben und aktuell bin ich zum Beispiel dabei, die ersten Seiten für einen neuen Roman niederzuschreiben, wo ist tatsächlich eher so das Thema Steampunk, Kriminalroman, ja, mein Papa freut sich, aber, ja, schon fantastischer irgendwie das Ganze, ja. Und ich gebe dir recht, Fantasy geht immer. Ja, oder? Es ist zeitlos, also, es geht immer, egal was ist, es funktioniert einfach. Ja. Also es lässt uns träumen, es holt uns ab. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach guckt, zum Beispiel Herr der Ringe, wie lange gab es diese Bücher einfach schon, bevor dieser Riesenhype erst darauf gekommen ist, ne, auch bei, und jetzt lass mich lügen, war ja auch hier bei Game of Thrones, ne, war ja, die Bücher gab es ja schon eine Zeit, wenn ich mich nicht irre, ne, bevor dann alle angefangen haben, das auch zu lesen, obwohl ich mich vor so dicken Schinken, also Herr der Ringe habe ich gelesen, bin ich auch stolz drauf, zwar nicht einfach, aber vor diesen anderen dicken Schinken da, ja, das ist, das ist irgendwie nicht meins. Dicke Bücher, ja, und dann ganz kleine Schrift. Ja, 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 auch ganz dünnes Papier. Sechs, siebenhundert Seiten oder achthundert Seiten, ja, das ist wirklich schwierig, man hat das Buch in der Hand und denkt, oh Gott, es nimmt kein Ende, es nimmt einfach kein Ende und da gibt es noch mehr von. Ja. Ja, das ist tatsächlich schwierig und ja, ich habe Respekt, was du es gelesen hast, put up. Ja, das war aber so dieses, das ist ein Klassiker, Michael, das solltest du mal gelesen haben, aber es war wirklich, weil ich bin nicht so der, der Fan von so ellenlangen Beschreibungen, so klar, dass so ein bisschen Atmosphäre, ne, dass du das irgendwie mitgibst und so, ähm, aber dann ist so, gerade halt bei Tolkien ist so, seitenweise, da wird jedes einzelne Blatt im Wald beschrieben und ich bin immer so, ja, ja, schon klar, es ist im Wald, es regnet, es ist dunkel, gefährlich, alles klar, alles klar, alles klar, jetzt fang an, so, ähm, ja, aber, ähm, das ist zum Beispiel eine Testleserin von mir, die ist halt wirklich High-Fantasy-Leserin und die bemängelt bei mir immer, mir fehlen die Beschreibungen, die finden das dann halt gut und dann nicht mal, ja, es ist in Ordnung, aber wenn ich selbst schon beim Schreiben die Augen verdrehe und denke, oh, okay, muss ich das jetzt auch noch beschreiben, dann wird das halt auch nichts, so, aber auch da ist, ne, wie gesagt, es ist schön, dass das Fantasy-Genre einfach so breit, so unterschiedlich ist, dass jeder Leser-Typ irgendwie seinen Autor findet, so. Das ist auch gut so. Ja, ne, finde ich auch. Genau. Warum bist du Autorin geworden? Sind wir gleich mal beim Thema. Warum bin ich Autorin geworden? Also tatsächlich bin ich erst so seit, ich habe Reis und tatsächlich das erste Manuskript, was ich geschrieben habe, habe ich 2020 angefangen. Das war so mein Ziel für dieses, für dieses Jahr. Das hatte ich, ja, mir einfach vorgenommen. Ich finde das dann, ich fühle mich immer so ein bisschen, wie soll man sagen, schuldig oder so, gegenüber anderen Autoren, Autoren, die sagen, ich kann schreiben, seitdem ich immer den Stift halten kann. Und ich so, ja, ich bin seit zwei, drei Jahren so dabei. Aber es war einfach bei mir, also meine Ideen hatte ich schon mein Leben lang. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe schon immer sehr detailreich geträumt in der Nacht, das ist mein eines großes Talent und das andere große Talent ist Tagträumen. Also ich habe immer, ja sehe ich, oder oft halt im Schlaf, dass ich, oder nur in der Nacht, dass ich so interessante Szenen habe, wie ich halt immer beschrieben habe. Und irgendwas daran finde ich faszinierend und ich nehme das dann halt sehr stark in den Wachzustand mit. Und dann fange ich halt an mit meinem zweiten Talent den Tag träumen und dann sitze ich da einfach und grübel und fange an loszuspinnen. Wie kann so eine Szene zustande kommen? Wer ist sie? Wie kommt sie dahin? Woher kommt sie? Wo geht sie von dahin weiter? Oder wenn ich halt irgendwie eine Szene habe, wo es einen Konflikt gibt zum Beispiel. Wie kann der zustande kommen? Also das hatte ich irgendwie schon immer, aber ich habe diese Ideen nicht so wirklich ernst genommen. Es war immer eher so ein bisschen, ja, ja, Maik und ihre Tageträume. Weil auch so in meinem Umfeld, also wir haben schon immer viel gelesen, Bildung war bei mir in der Familie und ist auch immer sehr, sehr wichtig, keine Frage, aber selbst irgendwie kreativ tätig werden, nee, das lassen wir lieber den anderen. Das war immer so, eigentlich so, so bin ich irgendwie groß geworden. Das war so. Und ich habe halt vor einigen Jahren einiges umgestellt bei mir. Ich habe meine Einstellung zu einigen Sachen zu mir selbst stark verändert. Und in dem Situation hatte ich eine Begegnung, wo ich das einfach so, als so eine Anekdote eigentlich so erzählt habe, auf einer Party. Ja, ich und meine Tagträume. Meine Geschichten, meine Ideen. Und das ist immer so ein Witz eh immer gewesen. Ah, ja, ja, bla, bla, wenn es mit meinem Brotjob nicht passt oder nicht klappt, dann werde ich halt Autorin und schreibe meine Bücher irgendwie. Und da eine Person mich halt angeguckt und hat gesagt, na ja, warum nicht? Warum schreibst du halt nicht einfach? Hast du es denn schon mal versucht? Und ich war so, ja, nee, 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 ich kann ja nicht schreiben. Du wirst ja wohl schreiben können. Also alle Autoren jetzt, ah, man kann nicht nur schreiben. Also ja, es ist klar ein Unterschied zwischen dieser Reihe nur Worte ein bisschen hintereinander und ich mache mir wirklich Gedanken zu dem Text. Aber ich hatte es halt zu dem Zeitpunkt noch nie versucht. Und das hat mich dann halt so geärgert, dass ich halt auf diese einfache Frage, warum nicht, keine begründete Antwort, die Antwort war eigentlich, ich habe Schiss davor. So, weil es ja sein kann, dass ich mich hinsetze und es nicht gut wird. Und dann, wie gesagt, es war an dem Zeitpunkt, war vieles so, das ist jetzt sehr auf nah, auf dem Boden bei mir gefallen, dass es halt für mich war, 2020, du setzt dich einfach mal hin und du fängst an zu schreiben. Wenn du, keine Ahnung, nach zwei Wochen, nach zwei Monaten, nach einem halben Jahr merkst, boah, das gefällt dir gar nicht, du hast da keinen Spaß dran oder es ist riesiger Mist, den du da schreibst, ja, dann hast du es aber zumindest versucht. Und dann weißt du das und dann kannst du sagen, na ja gut, dann habe ich da halt einfach kein Talent, ich kann vielleicht nicht mit Worten umgehen, das kann ja halt auch sein. Oder mir liegt es auch einfach nicht, sich Sitzfleisch hinzusetzen, das runterzurappeln und so weiter, das muss halt auch irgendwo einem liegen. Und ich sage dann immer, ich habe mich dann während des Prozesses halt einfach so in das Schreiben verliebt. Also ich habe das, ich habe es wirklich, an Rise habe ich ein Jahr gesessen, wirklich, weil ich lange, lange auch, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt so was und die Geschichte ist schon sehr komplex mit mehreren Erzählsträngen und Sichtweisen und so weiter und so fort. Und ich habe halt wirklich, bis ich wirklich die rohme, Fassung oder die lesbare Rohfassung fertig hatte, niemanden bis auf meinen Mann erzählt. Also mein Mann, der, klar, dem musste erklären, was machst du da, wenn du die ganze Zeit sitzt, so, ne? Und als ich dann das wirklich, Rise halt zum ersten Mal auch so komplett runtergeschrieben hatte und einmal komplett durchgelesen habe, da habe ich das so zugemacht, die letzte Seite und ich habe gesagt, verdammt, das hat mir gut gefallen. Und das war auch ein ganz, ganz toller und großer Moment und das war dann für mich halt der Schritt zu sagen, und jetzt bist du es deinen Geschichten schuldig, dass du die auch irgendwie veröffentlichst. Und sei es über den Verlag, sei es halt über Self-Publishing, wie auch immer, aber ich glaube, dass das auch anderen Leuten gefallen wird. Und so bin ich Autorin geworden. Eine schöne Geschichte. Ja. wirklich, also herzerreißend. Ja. Was für ein Weg. Ja. Aber schön, dass du dran geblieben bist, dass du es auch gemacht hast. Ja, also, ne? Es ist dann natürlich auch irgendwie sehr schön, gerade wenn man dann auf die Verlagsbewerbungen dann positive Rückmeldungen halt irgendwie hat. Auch so dieses, nämlich sehr klar, mein Schreibstil und so, wenn man gerade erst so, ne? Seit ein paar Jahren dabei ist, ist der wahrscheinlich noch nicht so geschliffen, wie bei anderen Autoren oder Autorinnen, die das schon länger machen. Aber das ist halt etwas Schreiben, ist ein Handwerk. Das kannst du lernen. Also, ich finde, man merkt schon immer einen Unterschied. Manche Leute haben ein Talent mit Worten. Manche können das dann zwar lernen, dass du das lesbar immer hinbekommst, aber es ist so eine Feinheit, eine Spur noch, finde ich, was anderes. Das merkt man schon so. Aber es ist nicht, dass es komplett nicht lesbar ist. So, ne? Und das dann aber halt, dass ich das zum einen realisiert habe, so dieses, oh, es ist auch ein Handwerk. Ich kann das halt auch einfach lernen. Aber das ist halt der Hauptfaktor, finde ich, gerade beim kreativen Arbeiten, ist die Idee dahinter. Und dass dann halt jemand, also als ich zum ersten Mal, gerade halt bei RISE mit meiner Lektorin, also das erste Mal in so einem Zoom-Call, ich sofort so, Michael, Business-Mode, das ist auch so ein Brotjob-Ding, dann sofort so, hi, und wir fangen direkt an, wir moderieren das hier durch. Und meine Lektorin erst mal so, wow, 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 Maike, warte, können wir mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier weitermachen, ich muss dir einmal sagen, wie gut mir dein Manuskript gefallen hat. Und das war wirklich, ich saß da auch, kriege auch immer noch ein bisschen Pipi in den Augen, bei diesem Moment denkst du so, okay, wow, wenn halt wirklich jemand, also klar, wenn eine gute Freundin oder deine Familie, die das lesen, dass die das irgendwie gut finden, weil es von dir kommt, okay, ja, aber wenn da halt jemand, der ja auch wirklich den ersten Kontakt nur über den Text hatte und dass dieses gelesen hat und gesagt hat, die Idee finde ich cool und die Charaktere mag ich und die Geschichte gefällt mir und die auf dich zugeht und sagt, lass uns daraus was Geiles machen, das war so, das war wirklich ein ganz, ganz großer Moment und das sind genau diese Momente, wo ich sage, ja, du bist Autorin, weil du Spaß daran hast, weil du coole Ideen hast, unterhaltsame Ideen hast. Also man hört es und ich kann jetzt nur allen sagen, ich sehe es auch. Ich sehe, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit dich angeguckt, wie du davon gesprochen hast und man merkt es, du fühlst es, du bist es einfach. Es macht dir Spaß und mach weiter. Danke. Nicht aufhören, mach weiter. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ihr findet mich auf Instagram unter Autoren unterstrich Maike mit II unterstrich Pichota. Ich buchstabiere mal P-I-E-C-H-O-T-A. Da findet ihr eigentlich immer sehr aktuell ja alles mögliche rund um mich, rund um meine Werke. Ich habe aber auch eine Website, eine URL findet ihr sicherlich auch irgendwo. Bei Maike Tüttelhirn kann das gerade nicht. Aber da findet ihr ja alle Infos natürlich auch über meine Bücher, über Freedom und jetzt halt Rise. Da findet ihr dann auch überall, ja wo ihr das bekommt, noch ein paar Hintergrundinformationen und natürlich auch ein bisschen was zu mir. Sehr gut. Du hast ja vorhin schon erwähnt, wo dein Buch zu kaufen ist, aber vielleicht magst du nochmal kurz erwähnen, ob wir jetzt in die Buchhandlung gehen können oder ob wir es nur online kaufen können, ob du ein E-Book hast, Taschenbuch, Hardcover, volle Programme. Hardcover noch nicht, es ist Softcover, aber genau, es gibt es als Print, aber auch als E-Book, ist im Isegrim Verlag erschienen und man bekommt das überall, wo man Bücher bekommt, also beim Buchhandlein deines Vertrauens, gerne vorbeischauen, Rise von Michael Pichota, da bekommt ihr das gute Stück auf jeden Fall und natürlich überall online, wo man online Bücher bestellen kann. Die letzte Frage, mal wieder, du kennst das, was wünschst du dir von deinen Lesern? Ich glaube, auch wieder kann ich die Frage nur beantworten mit, bei mir muss man mit dem Kopf mit dabei sein, Fantasie mit anschmeißen, sich wirklich ja, dabei sein, sagen wir mal, in das Karussell mit einsteigen, anschnallen und einfach Spaß haben dabei, aber halt wie gesagt, ich sehe den Leser bei mir immer als einen aktiven Teil mit dabei und das finde ich auch das Spannende daran, dass ich halt nicht alles offensiv erzähle und dem Leser und seiner Fantasie einfach ein bisschen Raum gebe und ich nur jeden ermutigen kann, das auch einfach zu nutzen. Sehr gut. Ja, vielen Dank, dass ich wieder bei dir zu Gast sein durfte. Also, und du bist immer bei uns herzlich eingeladen. Ich würde mich freuen, wenn du dann mit deinem dritten Buch, was irgendwann dann fertig ist, kein Stress, wenn du dann wieder bei uns zu Gast bist. Vielleicht bist du ja auch wieder in Berlin und wir kommen dich besuchen. Ja, vielen Dank, dass ich wieder bei euch sein durfte. Es war wie immer sehr schön, mit dir zu sprechen, Emilia. Ja, und vielleicht treffen wir uns ja auch mal in Hamburg und dann können wir auch ein bisschen schnacken. Dann sitzen wir nicht im Hotel, sondern bei mir in der Butze. Das machen wir. Genau, nächstes Mal kommen wir zu dir. Das ist doch eine gute Idee. Ja, machen wir so. Haben wir jetzt alle gehört. Kommst du nicht mehr drum herum. Ich würde sagen, ihr kommt nicht drum herum. Wir kommen nach Hamburg, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Eine Lesung.